Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge pvp-map Prozent mit Leon ja so ein bisschen und das wo ich habe schwer aber gar nicht der Marken und Pizze so einfach weiter schau weiter wo bist du ab hier nehmen und 0 du weißt du kennst du kennst ja noch klar ich hab ein Pils und zwei Weizen ich hab zwei Pils ein Weizen ein Apel ja die beiden Weizen ein Kindes nachher und Verwundbarkeit ist zu Ende hier bekommst du wenn du jemanden Kills Punkte gehen die Stehner und nicht zum Beispiel gerade 55 und 0 aber ich bin die Klinik hat mich gar nicht vor der Regen von Scheiße oder die Räuche voll leise das kommt kommt und die Grenzen über alle die Orte hinter mir wenn ich bin da der Kuchen oder die 2.5 ich kann nicht gehen machen müssen da ist die Kiste Nudie und der eine hat sogar schwer den Mächte ich werde den Schwerden war immer wichtig ist nicht gut gehen waren leer der Bobby der Formel weil der hat dort beschwerten jetzt stattdessen weiter ein mit mann halten sollte er hat kurz angehalten gut der arme eramt worden nicht ich glaube mein Lieblings-Grundung Stuttgart so wo bist du hier sie ist ja ich sehe ich würde kommen her wir haben Schmerzchen für dich n m er hat doch eine Hose an wo es ja nicht so wir müssen doch noch die dann die Hose liegen in zwei Karotten der Rollstuhl der Gäste okay wo ich mich jetzt da war an der Kommandert hat auch eine Hose für dich herkommt da stehen geblieben wo ich gerade eben war auch warte ich hier ein 2 was war die Niederlande so wollen die Welt Kornau egal wie man einfach hier den Fluss entlang Sprit mir aber eher nicht und wenn ihr zu viel mehr wir stehen die Wunderung spielersten die 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 schon 65 Punkte der Nürnberg oder Liddell Skoppen hatte ich gerade gesagt dass er aufnimmt er wurde von Bankrafter gilt der Arme der Armee in der Eingang auf Bäumkästchen oder Prozent aber auch eben bei dem Motto ob die Kommer und Schilddruck zu tun und dort wird er und wenn wir in den Gang und sein das Leben und manche sind verständlich schütteln der Modellkiste und die Ziele zu bauen und nach der Gäste zwar vielleicht werden die Kistener der Eglas aufgefüllt und und wenn ich dann auch geht irgendwo wieder weiter wenn der Holstin hat ja nicht was mit Nein aber die macht ein bisschen mehr damit schafft die normale Hand er hat weg ist gestorben an was es erhaftet gestorben auf den Weizen ihr Mann dann haben kann ich um den Brot machen und Töntel Erwurschaft erzielt Backebrot ihr bekommt ein Fisch von mir und und ich habe noch drei Äpfel von der Europäer und dann hast du sogar mehr als möglich oder was geht wurde vom Alter der Bankkraft der Kirche gerade alle oder in Stimme bei der Rüttung oder die erschwert reich auch oder die Axt gehen Leute übelst dunkel gut ist übelst dunkel Ehe und wo ich immer ein paar Pütze mit ich will noch auch eine Schüssel er hat mir die roten mit ich habe nur noch breitungen die roten sind eh seltener so ich habe sechs ich habe acht ich hab zehn von den Weißen und braun und zehn von den roten wir können von den Lern wollen und abrufen erweilt reichen und so ein bisschen wo bist du gelaufen ich bin auch noch mal auf den Bordloch die es sind ich möchte der Kiste sobald in den Bildern ich habe noch mehr und schade schon cool gewesen ist hier ein Verletzten aber die war so wichtig nicht mehr hier irgendwo nehmen was ist kein wenn man und ich bin nicht mehr er weil mich klar aber gleich wenig aufgeführt man könnte ja wenn wir noch wissen wo die Kisten sind die Agatha das ständig gekriegt wird wieder beim Fluss angekommen auch in der Land ich habe nur eine Kräfte mehr und hat wieder vorgegeben ok also ich brauche ich will die Schüssel wie kraftet man sich auch die Schüssel 3.3 in einem angeboten drei Wachtel von Bankrafter da gut und die Wanderung über die die Kälte und wir sind nicht mehr so viele der Steinschwert die Runde kann nur gut sein und drei Euro und zwei und die Töten Jahr zwei Schweine sogar keine Angst wir kommen in Frieden wie wir sind da für die Flüchtlinge der Tuck-Kreis Sünder Schweinchen Stöder und Lange okay ich habe ein guter Geist fast noch auch in den Fluss weiter entlang und vielleicht kommen irgendwann mal irgendwo Gutes an ich finde mein Kopfschuld und viel zu langsam er hat eine Begründung wo er auch er ich glaube ich habe immer wieder und vielleicht sogar eine gute die Erwürstung wieder gesagt hat mal hallo einfach so ja ich bin halt die Leute es wird so einfach kommen wir hier mal hoch kann es mehr zu schwimmen falls man hier hochkommt nein kommt man nicht aber hier kommt man hoch und es wird langsam nach und ja und so ist und feiner oder ich denke nicht auch alle kommen es wäre ein bisschen doof denn es ist auch noch gegen die Zombies also hier kommt man irgendwo auf was ist es der Scheiße und und ein Blätter aber Blätter kann sie kaputt oder ja oder wo theoretisch ja wenn man gute Kampfgefahrt und ja ich bin oben Prozentorten Prozent Probe oben angekommen ich habe jetzt einfach auf den Bäumen weiter so Prozent siehst du irgendjemanden irgendetwas und ich nehme mich auch nicht Uau A Prozent darüber kommen wir nicht morgen mal ein Kostanschläge weiter jetzt und wenn wir nicht wollen ich bin und aber ich will mir noch mal hochkommen glaube ich hatte ach ich hoffe nein kommt man nicht und hier hier kann man die keine zwei Blöcke hoch springen ein doch nach Sprung Versteckung geht oder und diesen Leuchttemberglock als es läuft weiter ich glaube ja wenn die Sägeile deutsche Translation er Translation und wenn er wieder zurückfinden die Kisten sind auf jeden Fall aufgefüllt aber bis dahin ist mehr als man zurückfinden und ob es geht ja aber davon erinnert doch der Fluss oder und ich glaube es ist ein Mann im Kreisgebung ich kann auch sein das heißt wir sind übernötigst das darf doch nicht wahr sein auch in der ja genug ist aber und ich schüsse machst du da halt nicht m m er ist eine Schüsse jetzt die Welt und nicht okay wo eine Fledermausse und auch du hast sie im Moment nicht drohen die müssten schon was drohen ja diese gibt es die denn sogar Tinten Fischentrocken Tintensäcke und ich bin und ich bin ja nicht mehr ex-ex-ex-erfahrung ja ich glaube es ist ja in einem Kreis geschwommen Prozent Prozent er in meinen Gott jetzt kann ich nicht hoch Paul 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 wenn ich verarschen dass ich hier hoch Prozent Prozent oha Michael er hat jetzt schon so mein Gott verarscht nicht um bei den über den Bauern jetzt nicht in der Nähe NM in der Nähe und und nach so ablöst ja 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 weiter und da bin ich und ich wollte auch die andere Seite weil da ein bisschen Prozent dann kommen wir daher um aber wenn wir nur und das war nicht werfst du nicht oder doch hier ist sogar ein Weg nach oben oder gefallen oder schon jetzt einmal im Kreis und gehen wir unseren Weg lang Prozent ja ja schon wieder er war ein da kommst du doch warum gut springen ist dann kannst du da sogar hoch wir meinen müsste gehen wo hast du da nicht auf der anderen Seite über den Baum okay ach scheiße und das Geld in den Anzwerg oder er um als er jetzt schaffte ich es bestimmt nicht wenn ich schaffte es nicht aber jetzt nicht ich weiß es nicht wo seid ihr am Arsch der Welt um ja ich bin oben ich bin oben wo ich die Kiste oder da war der Baum n da haben wir ein so runtergefallen er da muss wieder die Skilter ausmachen und wo ist die Kiste wenn die Stande irgendwo die Städte wo geht Stuhl wieder versteckt du dich das ist sicher dass die Kiste nicht das ist heute er ein 20 Kiste 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 ich bin oben und Kiste Prozent bisschen weiter gelaufen und ich bin hier am Meer am Ozean durch den Wald durch den Wald ja macht nicht ich komme wieder zurück ich werde ein bisschen Jojo Wartam ich habe es jetzt legen wo bist du hochgekommen ich bin an den Bauern der hier ja okay komm her die Kiste haben wir aber immer noch nicht die Kiste haben wir nicht Mensch und dass man hier so lange machen machen wir Bäume kaputt dann bekommen wir irgendwann abfällt was labern die da alle oder nur du keine Ahnung wo du langläuft ich bin an dem Meer wie so geht es zum Meer bringt auch nicht da könnten wir keine Ahnung ob man da irgendwann an eine Glaskuppel stößt wenn wir dann auch irgendwann mal eine Zündung zum Sporn wieder teleportieren nein genau das ist es sagt sollten wir nicht so weit weg und sollten wir den Sporn finden ich war wieder am Baum hier da wo wir gerade immer weil der Ort und ich habe so viel Hunger mal Prozent schüsse erhebten und nur der NDR 3 zurücklaufen Marco Borgelstin und dann und oder ich glaube ich habe nicht ziemlich verlaufen dass ich ja auch nicht sollte ich einmal und schade dass wir die Kiste hier nicht sehen und er war ein Kanzler und Herzlich Willkommen in der Hälfte ich halte und in der Rolle das war nicht so gut ich habe irgendwo muss man noch bestimmt an der Ereignisse ihr und es ist aber das ist ja wohl so und wollten mehr ja dann können wir gehen und wollen weil er mich hier ja mal heute Prozent ich glaube es ist die Welt nicht sehen ich sehe noch werden der Gruppe drei kurze 40 ok dann ist es nicht ein Koffer ich dachte vielleicht es wäre Bankrafter aber er war das nicht welches von mir der Schreck er hat schon oder oder nicht und wenn es nicht wird sich ein alter Wienchen kommt ja nicht hin ich glaube hier kommt man sogar zu sparen zurück immer nicht nur weil ich hier Banker was hast du als Waffe oder war Banker tot 0 der Aumann der Aumann wurde gekillt ich kann grad wirklich nicht mehr sprinten ich voll scheiße bau 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 anstattet der ich hab'n Leder war da noch irgendwas drin nennen wir kommen auch noch bisschen zu sparen wieder zurück da lang war der Stunkel doch 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 hier nur das Schweinein Schwein weil die Kirsten müssten auf jeden Fall jetzt aufgeführt sein warum ich noch eine Achtung mehr und mehr ohne Wasser ist so mein Pogtop so jetzt habe ich da der Niedern er hat die Nieder das ist gut wo oben ist einer da waren wir im Grunde haben wir schon vergessen vor die Schmiedsgott Wurst Wohin muss man hier an hier lang schneller zu den Kisten bestimmt hat alle die schon alle irgendjemand die schon alle leergeräumt ja nix drin boah wieso fragen Leute so komische Krüppelsachen welches Texture Pickup ihr wo seid ihr doch egal Lauf mir mal da lang geradeaus und wenn ich das nicht wieder verlaufen dann auch ja nicht so war so weit weg und nicht sprinten ja noch mal eine Feder vielleicht und nicht zu kitzeln Prozent wo hier ist es so hell und ja und da ist ein Schwein Warte mal Alter Dragon Cookie Bla blub blub ich wurde von dem Team verfolgt es waren wir du Mongo wir haben nicht so wird es uns beide locker kriegen oder er hatte keine Waffe das kann auch sein wenn es gut da wäre abgeschüttet blöd vor ihnen da sind Ruin, vielleicht ist da eine Kiste ja, so nicht schon ne, Kettenhelm, Steinabst und 6 Kartoffeln gebraten gib mir einen Helm du kriegst jede Karte oh, ha so das ist irgendwo eine Kiste oder auf jeden Fall schon hier so, ich bin das ein Huhn und ein Schwein Schweinchen ein Kamin nein, nicht ein Schweinchen nein, kein Schweinchen sorry, das ist ein Huhn oh, sorry, das ist ein Huhn ich regeneriere gerade keinen Health mehr, du musst aber ich bin vergiftet, irgendwas zu essen ich bin scheiße vergiftet, ey weil dir können die Runden voll lang gehen schon das verpasse ich diese Map eigentlich die Kostoff, die ist viel zu groß und und ja jetzt hab ich rohes Hühnchen gegeben, aber da sind Schweine, schnell zu den Schweinen und Hühnern und Schweinen und mehr Hühnern und viele Schweine und viele Hühner siehst du da oben die Brücke siehst du da oben die Brücke äh ja, geh mal hin geh mal hin oh, 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 oh na, und da kommen wir hin hier lang da kommt man sich hoch Alleine schon am Berg Hier lang, Leon. Hier lang. Oh, Akku. Oh, ich hab einen Baum setzten. Irgendwie muss ich doch an die Kiste kommen. Da kommt man auf jeden Fall hoch. Wo bist du? Ich bin weiter unten. Ich geh da jetzt mal hin. Oh, Damage. Oh, gut. Vielleicht siehst du mich. Keine Ahnung. Ich bin gerade umgeben von Blättern. Ach, du bist umgeben von Blättern. Diese bösen Geschöpfe der Natur. So, ich komme jetzt ganz auf den Wüsten. Ich bin da rübergekommen. Ach, ich schaffe das. Guck mal von dem Baum an, an die Lian da unten springen. Oh. Oh. Ich muss nur schnell hoch. Bevor wir teleportiert werden, und ich bin oben. er will ich nicht ich weiß dass er wird es nicht und sterben sechs Sekunden wo ist das eine Minute er hat unter unter der Brücke ich nicht doch oder kommt man glaube ich gar nicht hin doch immer auf der Brücke ist nein mann da komme ich nicht hin da müsste ich runterspringen und wenn ich runterspringen kann sein dass ich draufgehe und selbst und ich versuche mal auf die Brücke um wo er ist doch scheiße also ich kann von der aus der Ecke noch der Brücke zu probieren um ein das ist genug es haben wir kommen bestimmt gehen ich bin sicher und hier und das hier guck mal Schau unterliegt Schaffstelle es ist hier wenn du willst wenn ich sterbe dann nehme ich deine Sachen schnell jetzt entweder jetzt oder nie nein ich bin daneben Alter Leer ich bin das geht um die Schaffstelle hoch 10 auch jeden und und Scheiße in den Kisten ist gar nicht zu essen ja die Begriffe alle und auch auch du Hure er hat die Axt der Prozent diese Bisschen Storben der und alles in den Türen Prozent Prozent erbte gesagt jetzt oder nicht und muss es genau dann machen wenn so so drei zwei Prozent der Welt und dann lässt sich gestorben aber nein du 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 machst es dann nur drauf geht ach wir sehen uns in der nächsten Folge nach der Takt ist hier ist